Ich weiß jetzt, ich hab mich nie wirklich zu Laura bekannt. Irgendwie hab ich mir immer ne Hintertür offen gelassen. Und damit war ich vor vielen Dingen gefeit. Was zum Beispiel meine Zukunft angeht. Es kam mir irgendwie cleverer vor mich zu gar nichts zu bekennen. Mir jeden Weg offen zu halten. Selbstmord ist das. Auf winzig kleiner Flamme. Ich kann mein eigenes. Ich kann mit dieser Situation. Ich kann überleben. 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 Nein. Du bist ja klatschnass. Ja. Und außerdem ein Idiot. Laura, mir tut es echt leid. Vielen Dank. Ist echt lieb von dir. Fahr doch bitte wieder nach Hause. Ich warte dann hier auf dem Bus. Nein, ich will da nicht wieder hin. Dein Verschwinden war für mich die Entschuldigung, da rauszukommen. Kann ich irgendwas für dich tun? Komm mit. Wohin? Zeig ich dir. Komm jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Drei. Ja.